So, hier zurück im Dungeon, der Habsucht, versunkenes Versteck. Ja, jetzt muss ich jetzt mal eine Versenkungswaffe finden hier. Kann ich eigentlich mit der Versenkungswaffe fliegen oder nicht? Geht's doch mal wieder an. Wo soll ich überhaupt hinfliegen? Okay, ein bisschen aufgeladen muss das also sein, alles klar. Hier habt ihr schon alles weggefischt, ne? Okay, hier habt ihr schon alles weggefischt, dann kann ich mal probieren, um zu euch zu kommen. Oh, das ist ein Agena. So, wo ist denn jetzt hier... Also, wenn wir zu euch, muss ich jetzt hier das Ding dran machen. Da. Da kann man sich dann reinigen. Sofalls. Also, da schiebt ihr aber schon die Kugel durch die Gegend, ne? Auf anderen Seite, wir müssen das Ding drehen hier. Ja, ist angezeigt. Warte, ich schieße dich mal rüber, Hunter. Ne, bleib mal da, bleib mal da. Ne, dahin ist noch gar nicht. Wir sind oben hoch und dann die anderen drehen. Oh, ich merke. Ja, wir haben schon gewiesen, wenn das... Okay. Ich habe ja eben auch schon alles eingestellt, dann hast du da rumgefummelt eben. Äh, gut. Ich wollte dich da oben hoch und dann von da aus dann zur anderen Sektion hin. Weil die ganz oben waren wir oder ganz rechts waren wir noch nicht, oder? Okay. Äh, ja. So. Also, das ist falsch oder was? Wir dürfen das Ding hier nicht nehmen. Die leuchtet schon wie blöd, weil ich hier schon den reingestopst hab. Okay. Da, wieder ran stoppen hier. Ähm. Versengungswaffe. Hast du eine? Okay. Ja. Ja. Da hin? Dann sind wir die anderen gleich, dann machen wir weiter. dann kann man ohne. Ich kann es nicht mehr sehen. Kommen wir da an dann? Ja, ne? Ich glaube, man braucht nur ganz kurz anschießen, glaube ich. So, jetzt die Dinger wieder einsammeln hier und dann hier mit dem Kristall wieder füttern. Ach, ich hab zu, die falschen Waffen mit, zum Teil. So, ich muss noch zwei abgehen hier, das ist halt schon Vollbuttern. Halt schon. So, jetzt müssen wir noch ausrichten, ne? Müssen wir noch ausrichten, ne? Noch weil da unten, ne? Unten, genau. Ja, genau. Wir fallen dem Schild. Ich glaube, spring mal. Ich warte, dass wir jetzt mal springen, alle sind tot. Wir sind doof. Darum geht's ja nicht. Ne, darum geht's ja nicht. Kann sein, dass man da gar nicht drüber springen kann. Und dann stirbt man einfach. Da unten ist er. Ne, ich... Ich zieh den da unten links. Äh... Semmarswache? Moment. Toad von Ohm. Ja, haben wir keine Pool aufgenommen. Da kommen sie. Hä? Alter, wie doof. Na gut, dass wir noch Zeit hatten, ey. Oh, ich hab' da geschlüpft. Oh, no, no, no. Ich muss ja wieder schieben auf jeden Fall. Gut, da läuft noch eine Zeit runter. So, und jetzt? Ist es richtig ausgerechnet? Ist es noch nicht. So, jetzt aber. Ne, nicht zu weit. Doch, geht das so? Ah, ok. Juhu. Nice. Erreich' ihn die große Sphäre. Hm. Moment, ich komme auch noch zu euch. Was ist denn Kiste? Das ist falsch. Weiter. Wo ist das Rohr? Nein, wir müssen hier viermal diese Station ablaufen und immer das gleiche machen. Ja, ja. Ja, ja. Oh, äh. Dings gekriegt. Sehr schön. Ja, ja. Rüstung. 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 Und jetzt hin. Okay. Okay. Ja, okay. Alles klar. Reinballern. So, und seid ihr da? ja nice aber jetzt hier noch irgendwelche funkdinger zum mitnehmen hier irgendwas irgendwann ist der endboss kommen ja das steck Wilhelms Schatz uuuuuhh wie sieht in der Bossphase aus hier sind auch wieder Kristalle okay da ist Wilhelm ne ich weiß ach meine Fernsehgewehr aus uuuuhh ähm also hier sind zum Beispiel wieder irgendwelche Rohre hier die hier irgendwo hingehen was da da ach so das war einfach heftig aber okay Was hat denn der Fallen gelassen? Oh ja, ganz die Pistalle. Ne, kann ich nicht, weil da geht es gar nicht weiter. Da geht es ja gar nicht weiter. Gut, dann nehme ich die Bossphase inseparat auf. Warte, stopp.